Stefan, 60 Sekunden Zeit. Was darfst du bei diesem Spiel nicht sagen? So machst du es richtig. Nicht Ja und Nein. Also, das war nur ein Test. Jetzt geht es los. 60 Sekunden ab jetzt. Gefällt es dir bei uns in der Borzen? Sehr gut. Gehst du mit deinen Freunden eher gemütlich einen Trinken in der Bar oder doch Tanzen im Club? Mittlerweile eher gemütlich. Da gibt es dann ab und zu aber trotzdem den kurzen. Ein Bierchen, ja. Du gehörst auch zur Scharfkopfrunde der Hachinger, oder? Du musst dir was antworten. Wir spielen ziemlich oft Scharfkopf. Und du gewinnst ab und zu? Immer. Gegen wen musst du dich dabei am häufigsten geschlagen geben? Alexander Winkler. Ist der so stark? Spielt immer einen Solo. Was darf man bei diesem Spiel nochmal nicht sagen? Du musst dir eine Antwort geben. Wie soll ich das antworten? Du bist Fan von welchem Fußballverein? Keinem. Nicht Bayern. 60. Ist schon vorbei. Das war es schon. Aber du hast dich gut geschlagen. Dank. Applaus bei der комп Untertitelung des ZDF, 2020